ja die revanche wieder sei doch noch motiviert ja ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren jetzt kommt er da bisher noch kein ball getroffen hat ab jetzt nur noch auf mann in dem fall meine ich mal das sind dann die letzten mittel die nicht vom feld mit dem kreuzband noch dran ist natürlich kommt der ganze nach vorne dran was gerade hättest du nicht etwas stärker aufhalten können lassen ja schau mal hier das war etwas stärker hätte ich noch reinfahren können ja das erste mal dass ich bei einem fluch nicht ein millimeter zu tief war du warst extrem hoch ja aber ich war sonst immer viel tiefer als der ball guck schon wieder unterwegs unterwegs wo wo war wo wo ach shit ach das gibt's doch nicht ach shit jetzt kommt der doof runter nein jetzt dreht er sich nach vorne ich hab gedacht ich bin richtig ach kann ja oah drückt och ne ey boah fuck ach ne ah scheiße sorry lieber weg bleiben wenn sie so kommt ja ich wusste nicht wo genau das Tor ist ja jetzt hast du sie perfekt in die Mitte abgelegt ja fahr du scheiße ey mit dem haben wir heute kein Glück echt ja Simon fährt halt daneben ich würde auch also ich fahr da ja nie mit also ich find's frustrant weil das passiert halt das erste Mal der rollt aber auch immerhin auf unsere Hälfte also einmal muss ich sagen ne und seitdem du die Kamera umgestellt hast ist das so weil davor bist du da nie vorbeigefahren ja oh Gott oh ey ey das gibt's nicht komm doch noch ran ne naaa nein ich hasse das aus der Kurve jetzt den ernst auch kommen schon wieder einen minimiert zu tief ach, völlig aber warum nein immer schön in die Mitte abfällt schon mal hin Ich dachte du kommst da angeflogen. Ja ja. Haben das eh zu spät gewesen. Mach was. Mit dem Rettungsmann über, wenn ich angeflogen komm? Ja du verschiehst doch eh, wenn du siehst du dich springen. Uiuiui. Ach. Ach komm. Ja wie geplant. Sorry war wieder mein Fehler. Ja gut, dass du es selber merkst. Hahaha. Nein du machst nicht. Ah knapp. Aber du machst jetzt rein. Ah wo bist du? Warte warte warte. Bojo. Ich hab erst. Gottes Willen. Ah shit. Nicht gepasst. Hahaha. Hauptsache den Mann. Hey. Ach schade. Es kommt tatsächlich wieder grad darunter. Ey. Das. 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 Ich hab nichts gemacht, ich weiß sie. Was denn? Ja mach da nicht schlecht der Hund. Ja mach da nicht schlecht der Hund. Ah cool. Du hast nicht abgebreit. Das drüber gelupft. Okay ich sag nichts. Reines können Simon. Reines können. Herr Silber. Purer Skill. Ach ne. Silber. Purer Skill. Ach immer. Oh. jetzt gibt es doch nicht nein du hast ja ich bin von hinten reingesprungen ist vorbei gesprungen oder dachte eigentlich war dran anscheinend durch das dass wir zwei so dicke dinge haben fliegt der ball irgendwie anders wenn wir aufeinander heizen habe ich auch mann jetzt kommt der Fahrt rein muss kommen Jürgen was ist los mit dir? nee keine Ahnung mit Peter nein jetzt kommt kein rum nicht Peter Peter was ist mit dir los? Peter wollten uns daneben oh Präzisionsschuss ok genau im Winkel das war jetzt mal einer und da die Sautren oder? oh ja danke Maddy für den Stoß schackle Witte legen sie jetzt ach du mein ganz langsam und da kommt der Maddy und schiebt die Stoß erstmal fliegt der Michael dran durch ja 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 das ist auch so ein bisschen belastend auch mann dann treff ich den Ball nicht ey schade den hätte er wahrscheinlich wieder reingemacht wahrscheinlich gut, 1-0 1-0, doch wer 1-0 führt, der stets verliert oder wer war das? ja ich wollte es gerade sagen wer sagt es immer? Paul sagt es immer ähm, blau fährst du? jo, ich fahr ja ja, Peter fährt auch Peter fährt Peter! Fahr runter wecken fast oh nein, es bringt es gedacht, es bringt kein Muss ach, stand falsch und nicht mal ne Vorlage ich nicht? ne boah, so gesweatet ey du warst doch als letzter dran hm ich weiß nicht, wenn es über die Bande läuft ne, ich hab ja auch ne Vorlage nochmal wahrscheinlich war es zu lang wie von der Zeit her ey, jo au och maaaann ach, verdammt ach, verdammt ach, verdammt ach, gleich gemerkt ich stehe scheiße verzieh dich doch, du Hund nein, jetzt war ich zu langsam scheiße der mich abbringt ach, wenn ich mich dreh ah oh ja, klar alle verspringen und dadurch gewinnen ja, mach die Rolle, Pascal auf, komm dadurch wehls immer dasselbe durch das, dass er den Ball nicht trifft ja, braver Peter hier ja, brav alles gut vier Minuten naja und wir sind tot wow oh Gott ne na pass wär ich rausgefahren Mensch ja, dann hättest du runtergesprungen ich wusste auch nicht, was ich denn so machen soll ey ne, ne, ich hätt ihn schon kriegen können aber du hast ja die Frage, wo ja, wenn er aufspringt ja, wenn er aufspringt oh Pascal, oh Schuss ja, schütten oh, die ist noch heiß hör mal hör mal ah, warte ich komm kommt die ne puch auch ne, da fahr ich am Goose vorbei willst mich verarschen ach, guck ah oh, stark dieser Rampage tankt sich da wieder durch mehr Glück als Verstand hehehe sehr, 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 sehr steh ich grad so dann zum Ballen die Dinger macht er heute aber auch, gell ja, ich hab halt zwei Autos, ne also oh nee ja, heieiei ja, heieiei oh oh, nein nein, nein ja, gut, jetzt aber es reicht nicht weil es gibt's nicht heute natürlich vom Tor weg Pech ey Gott passt du nein schade ich stand zu weit vorne ah, egal trotzdem gut scheiße natürlich nein war zu schnell oh, Pascal bomb mich hinter den Ball aufnehmen fuck ey oh ja Mann ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm Michael wieder da scheiße je je ah jawohl gut dass ich den Ball stark treffe damit dann scheiß wiederum auch nix gesagt was türlich ich jetzt gerade wo ich ein anderes spiel extra schwächer ja ja weil im rückwärtsgang keiner geblickt was wir machen das haben wir komplett selber gemacht ja so eigentlich schon jetzt ist er wieder so richtig langsam das gibt's doch nicht was soll ich denn noch machen solche bälle hasse ich der wieder hin mehr gleich war hast du schlug kann er steht man ja scheiße berühre ich dir noch mal so unglücklich auch das gibt das ist Tor gewesen jawohl bleibt auch gleich liegen hat egal wie ich anfah auch sagen das Match hat scheinbar was die Konstellation man so jetzt geht es wieder um die Wurst drei verraten drei verraten Michael hat jetzt gleich das schlechte Auto was habe ich sagt du hast zwei Autos ja ich hoffe du hast gleich das schlechte nein ich habe doch das große und auf meinem Dach habe ich doch so ein Auto was im Kreis fährt wegen dem Hotkey vor das meine ich das habe ich damit geweint ich habe nämlich so ein kleines Auto was im Kreis fährt das habe ich gemeint der gibt mir doppelt boost das war woanders oh shit nein also den Ball habe ich nicht getroffen aber alle beide aus dem Weg gerannt direkt zurückgekommen auch nee komm runter 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 oh natürlich an die Latte warte ich komm schau mal ach shit ach schau mal wie der hinspielt oh oh nein ach 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 ich bin hinter euch hat doch kein boost jawohl mach sie rein nein oh ach 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 na ja so macht man das man eine Millisekunde zu spät geschwungen die für die 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 Gott, ich bin da. Ja. Ah. Ein zu spitzer Winkel. Schön. Nochmal. Schön, schön. Nein. Hätte ich mich nicht für's Boost entscheiden dürfen. Ach nööööö. Jawohl. Ja, noch hab ich Zeit. Ah, schade. Kommt er natürlich grad scheiße in dem Winkel, wo es mir nicht passt. Kleines bisschen weiter wäre kein Problem gewesen. Wow, 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 wow. Kommst du dran? Boah! Ich hatte keinen Boost mehr. Okay. Dadurch war das ziemlich... ...schwier nicht. Nee. Unglaublich. Es gibt's auch nicht. Heieiei, du. Fuck it. Nein, die muss ich doch machen. Das rüstig. Richtig. Kommt! Nein! Er fällt vom Himmel und dann spiele ich ihn an. Alter. Ach, ist doch ein Witz. Da komm ich dran und dann fällt er noch wohin. Boah. Ist noch nichts entschieden hier. Nee, nee. Nee, nee. Ich bin wirklich schon in der Konstellation hier. Kann ich nichts sagen. Oh, sorry. Oh, sorry. Ja, hör doch mal auf. Ja, hör doch mal auf. Simon, ich bin nicht der Ball. Ich hab gedacht, du bist Michael. Nein. Jawohl. Hit. Och, nee. Nee. Ach, was, Mann. Was, gar nicht? Früher hast du solche Sachen aber getroffen. Ich treffe... Ja, ich weiß. Ich bin heute echt... Da hat er auch keinen so guten Gegner gehabt. Ich versuche mich grad wieder ein bisschen in das Spiel reinzufuchsen. Ihr merkt sich das leider. Doch schon. Oh, shit. Komm jetzt, Simon. Ja. Nein. Ach, du... Ah, Mann. Ich bin jetzt wieder... Ich bin jetzt wieder ein bisschen aggressiver. Ich fahr halt einfach jetzt mehr auf Risiko einfach drauf. Aber dann kriegst du sie eben... Wenn sie nicht hinten rauskommen, ist es einfacher, finde ich. Ja, ja. Daneben, oder? Schön. Ah. Der passt wieder nicht. Warte, ich bin da. Okay, ich drehe mich weg. Oh. Ja, ich hab erst gedacht, du nimmst ihn. Daneben. Ich war gerade so im Sprung. Oh, ja klar. Oh, Mann. Oh, ja klar. Der hab ich doch nur ran gefahren, Mensch. Das ist ne Vorlage. Ne, der war ein guter Schuss. Gut, jetzt haben wir's. Na durch. Mein Boost. Moin. 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 Ich seh, ich bin doof. Du kriegst da ihn da drüber. Ja, das kann doch nicht sein. Ja, das hat Simon seine Klicksrunde. Ja, jetzt ist gerade, jetzt läuft's gerade jetzt. Nachher, wenn ich wieder bei ihm im Team bin, da lag da alles daneben. Ja, ist rum, ja. Warte, du meintest halt, du meintest halt, ihr zieht uns nochmal ab. Hahaha, genau. So war's. Ich erinnere mich an mich dran. Mittel. Ah, schade. Ihr wart eben nur schlechte Verlierer und konntet es nicht auf euch sitzen lassen. Ist so. Wir waren unglückliche Verlierer und drin. So ist es. Nein, ihr wart schlechte Verlierer. Klasse. Pascal. Mensch. Puh. Ich hab gedacht, ich treff's. Ich hab's welche nachher gefahren. Einfach mal gechillt. Wo ist das Tor? Nein. Dani. Ach, Mann. Puh. Tada. Verdient, verdient. Absolut. Verdient. Gut. Absolut. Damit verabschieden wir uns aus dieser Folge und hoffen ihr schaltet nächste Mal wieder ein. Macht's gut. Bis dann. Tschau. Tja. Tja.